Musik Moin Leute, willkommen zurück zu meinem zweiten Kanal HerrRuter Ich bin WillersRuter für den Kanal von HerrRuter Und wir zoggen heute weiter das wundervolle Spiel Und diesmal ist auch zum Teil das Audio nicht gemutet Candy Cadet, komm gehst du hier, ich hab Candy all day, everyday, Candy, Candy, Candy. Get ready. Ruhige zurück, und vielleicht werde ich dir eine Geschichte erzählen. So läuft der Lefty irgendwo rum. Ich hab so Panik, dass irgendwas passiert, was ich nicht erwarte. Und das ist bei einem Horror-Game eigentlich der Sinn der Sache, aber ich möchte nicht, dass das der Sinn der Sache ist. Naja. Oh, ne, 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 ne. Ich hab keine Zeit für sowas. Ich hab keine Zeit für sowas. Werbung! Das ist genau wie bei Werbung bei Twitch, nur dass das hier nicht der Fall ist. Hey, hey! Print Flyers. Boah, Alter, diese Atmosphäre macht mich fertig. Das macht mich mental instabil. Oh, Mann! Summe Werbung! Werbung für so einen Zusatzversicherung in einer Pizzeria. Was ist denn das? Ich kriege gleich einen Kollaps. Das gibt's ja wohl gar nicht. Ich kriege. Ich kriege. Das ist ja wohl nach. Ich kriege. Ich kriege. Oh schon ist nix, aber wir noch Menüs printen werbrunk incoming ich merks schon ich glaube ich spiele gleich mal showdown bandit aus prinzip aber ich starte mal von vorne dann mit doch alle das prinzip verstehen weil das letzte video was ich zu showdown bandit gemacht habe ist so lange her ich weiß auch gar nicht es wurde ich schon dann wenn jetzt wurde herunter genommen aber ich habe bock auf showdown bandit und das ist die wichtigste sache ich war mein lebensverschauer die ich da sind naja ja los ist freundlich sehr geil oh jetzt ist hat er da jetzt sollte ich mal am besten alles hier kühlen polish machen so ich 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 Oh Ha! Ja, 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 komm, ich bin Wagenkorb. Ich kann es mir jetzt leisten, so. Gibt es auch hier in der Galtanimaltronics ohne Risk? WARNING! Purchasing a bulky item in this condition comes with a slight risk of something unsustainable hiding inside. Ach du Scheiße. Ach Scheiße. Komm, jetzt ist es doch. Blueprint, jetzt sollte ich die Dinger auch möglicherweise nochmal aufstellen. Ey, yo! Ey, ich gucke, ich gucke in den Chat, ey. Ich gucke gar nicht in den Chat, ey, was ist denn heute los? Ey, yo! So! Relation zu März. Hä? Da fliegen Ballons durch meinen Bildschirm. Bitte. Lassen Sie das, das ist aber, das ist äußerst unangenehm. So. Muss ich mal hier diesen Boy nochmal testen, hier so. Vielleicht kann der mir heute mal eine Story erzählen. Ich bin ein Kandys-Kadett. Komm, geh dein Kandys hier. Ich habe Kandys all den Tag, jeden Tag. Kandys, 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 Kandys. Sieht man das, eigentlich ist das richtig herum, ja. Man muss das eigentlich sehen. Vielleicht erzählst du mir auch gleich mal eine Story. So verdient man Geld in diesem Spiel. Du spielst ein Spiel, in dem du ein Spiel spielst. Du spielst ein Spiel, in dem du ein Spiel spielst, in dem du ein Spiel spielst, um Geld zu verdienen. Das ist meine eigentliche Pizzerie, ich verdiene damit aber Geld, weil irgendwie sich das Festrating erhöht. Und vielleicht werde ich dir eine Story erzählen. Guck, ich bin gleich schon wieder bei 1000. Ich kann mir gleich dieses komische, äh, riesige Gedöns leisten, wo irgendwie 50 Kapseln um so ein Ding hier rumdrehen. So ein Jahrmarktattraktion in einer Pizzeria, die haben sie doch nicht mehr alle. Get ready? Return to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. Hm, ich erzähl dir jetzt mal ne Geschichte. Dike! Wir haben gestern 1. April gehabt. Alles was wir heute haben, 2. April. Ich bin Candy Cadet. Komm, get your candy here. I have candy all day, every day. Candy, candy, candy. Okay, get ready. 2.000. Return to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. Geil. I am Candy Cadet. Komm, get your candy here. I have candy all day, every day. Candy, candy, candy. Was ist das Spiel, Alter? Return to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. Kasino gewinnt immer. I am Candy Cadet. Komm, get your candy here. I have candy all day, every day. Candy, candy, candy. Candy, candy. Mein Gehirn ist gar nicht kurz stehen geblieben. Was war denn das jetzt? Ich realisier es einfach nicht mehr. Alter, mein Face Rating. Steigt durch das Ruf. Ich bin ein Candy Cadet. Komm, get your candy here. Komm, get your candy here. I have candy all day, every day. All day? Every day? Candy? 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 Return to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. I need to do it, Alter. Es gibt nichts. Alter, dieses Face Rating. Ich bin Candy Cadet. Komm, get your candy here. I have candy all day, every day. Candy. Candy. Tausend. I will return to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. Ja, maybe. Ja, wann denn? Ja, wann denn? Am letzten Mal hab ich Doji ausgabt. Übrigens, das ist der letzte Tag, glaub ich, in diesem Game. Wir sind also gleich durch. Komm, get your candy here. Aber das heißt nicht, dass der Stream vorbei ist. Every day. Candy. 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 Get ready. Geil. Return to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. Ja, maybe. Äh, meine Güte, erzähl mir doch eine endliche Story. So, dein letzter, dein letzter Chance, mir jetzt diese Story noch zu erzählen. Letzte Chance. I am Candy Cadet. Komm, get your candy here. Letzte Chance. I have candy all day, every day. Candy. 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 Get ready. Return to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. Gibt's aber gar nicht. Naja. Ich glaub, das war's noch für heute. Warte mal, wir könnten aber noch ein bisschen Geld investieren. Ich weiß nicht, was dem Kataloner leisten keine so Lefty. So ne Scheiß, aber da ist Liability Risk halt am Arsch. So. Ist sie vielleicht noch, aber. Das würde ich nochmal haben. So. Rein da. Tu da. Ansonsten sind hier alle fertig. So, ich kann mir jetzt keinen End800in mehr leisten. Wir finischen für heute. damit beginnt die letzte nacht aber ganz chillig ich sag's dir denn ich habe oft will ich mich los so schön ist jetzt auch nicht jetzt nichts für euch die ich möchte ich heißt nichts in der theorie gibt es auch gleich dünne aber ich weiß nicht ich bin gespannt wäre nice wenn ja wenn nicht dann ist mir auch relativ egal ich habe meine knicks hier oh mein gott jetzt bin ich selber sondern das gibt es ja wohl gar nicht groß bis von anestro aus dem lidl das gibt aber das resumt ja auch gar nicht das ist das traurige wie für das noch wie stressig muss es sein alter und glock toilets Fällt das eigentlich irgendwie auf, dass ich jetzt ein Herrleit hier oben hab? Ich hab mir nämlich jetzt an meinen Greenskin schlagen und hab hier so eine kleine Lampe reingemacht. Weil Herrleit ist so eine Sache, die macht nur mal einiges aus. Ahhhh. Ahhhhh. Ah, man kann das upgraden. Wir haben es geschafft. Es war, glaube ich, die letzte Nacht. Wir mailen euch eure Dinge. Ende. Naja. Ich bin sofort wieder da. Ey, yo, ich bin wieder da. Ha! So. Wenn mein Streamtitel sich wirklich richtig geändert hat, zocken wir jetzt Showdown Bandit. Also ich zock das jetzt so oder so, ist mir relativ egal. Aber Leute, dass das die spannende Sache an dieser ganzen Scheiße ist, ich habe vergessen auf Aufnahmeabend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.